herzlich willkommen zu toby the secret mine und weiter geht die reise und ja wir sind schon tot besser kann die folge gar nicht anfangen was auch gemein merkt schon was das wieder für eine folge wird seht ihr ja so geht es einfach da jumpen wir rüber und da ist auch schon die nächste tödliche falle ok wieder das muster einprägen das kennen wir jetzt schon ich will gar nicht hingehen das merkt ihr ne ok aber wir müssen ja wir wollen ja letztendlich vorankommen erstmal umgucken für eine sekunde dachte ich hätte es einfach geschafft ich habe das muster noch nicht so richtig drauf aber versuchen es einfach noch mal man kann ja hier tausendmal sterben boom shakalaka tschuldigung ok ich hoffe das wird jetzt nicht ein level wo nur diese dinger sind das wäre blöd für mich durch erstmal umgucken genau ich will nicht gehen ich hoffe nicht dass man dann wieder ganz am anfang da anfängt das wäre ja blöd ok ich hätte einfach gehen müssen oh gott sei denn man fängt da an ok aua das hätte mir noch weh getan bam ok eine dudette die müssen wir natürlich auf jeden fall retten na gut kann man es durchbrechen ah es ist eine wippe darum geht es nicht weiter dann müssen wir ja da hin ok dann geht es bestimmt hier weiter und da ist eine box alles klar easy solche rätsel die kann ich die liegen mir sofort so was erwartet uns da oben ok hier ist auch nichts versteckt das klär da ist nichts nein ok ok es geht also wieder hier um eine richtig schöne wilde fahrt ok das scheint so ein wipp mechanismus wieder zu sein au ach du schon haha so das reicht wahrscheinlich nein dann wird hier wahrscheinlich eine box sein ok bewegt sich das dingens schlägt ah es bleibt da ok das wäre jetzt wie gemein wenn es auch noch hinter mir her gechased käme aber nein wir haben Glück da spielen wir jetzt auch mal gut mit uns so kriegt am event kriegt am event hui äh schalter 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 und das ist mir zu friedlich hallo ah ja ich wollte gerade sagen das ist die folge mit den wenigsten toten hallo aber ok da müssen wir wahrscheinlich rüber springen ein leichtes für uns jump hui hei witz gehabt ok bunny humping bunny jumping wir waren doch fast durch ob ich auch mal ein so ein level schaffung ohne zu sterben wahrscheinlich kommt das noch irgendwann dass man das sogar muss ok so weit so gut warten warten boom und den level haben wir wieder geschafft würde ich sagen kurzer level aber wenig tode ich hoffe es hat euch spaß gemacht und ich hoffe ihr bleibt bei dieser geschichte am ball bis zum nächsten mal ciao